Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer hier auf der Deutschland mit den Senioren heute haben sie da. Chris, Thomas, Marc, Marco, Michael, Sascha und Willi. Hallo. 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 So liebe Zuschauer, ich hole euch mal hier einmal rundrum ab. Wir haben ein paar Missionen gemacht. Wir haben ein bisschen Geld verdient. Wir haben, ihr seht aber auch, wir haben ein bisschen weniger Geld jetzt. Aber Thomas, ich werde euch gleich auch sagen, warum. Thomas fährt jetzt los und geht Bretter verkaufen, weil das ist auf der Deutschen. Nein, jetzt fährt der mit dem. Nee, nee, nee. Das ist ja, du bist echt, das ist nicht zu fassen. Da guckst du drei Sekunden nicht nach deinem Traktor und dann fährt der auf einmal weg. Bist du ein bisschen ungeduldig? Also Thomas fährt jetzt Bretter weg und helfe Sascha, ein bisschen helfe ich Sascha gerade mit dem Rüben abfahren. Aber wir haben unheimlich viel zu tun. Wir können unsere eigenen Felder ernten und auch wieder fertig machen. Das sollten wir übrigens auch als nächstes tun. Vielleicht lassen wir die Missionen gleich mal stehen und gucken erstmal, dass wir unsere eigenen Felder fertig kriegen, oder? Bevor wir jetzt hier wie wild Missionen machen. Zeit genug. Ja, Zeit genug. Du bist witzig. Also ich finde das ja immer wichtig, dass man das, dass wir jetzt im Juli direkt die Felder runterkriegen und auch direkt wieder angepflanzt bekommen, oder? Ah ja, okay. Okay. Und dann ist nämlich eben nicht Zeit genug gedüngt. Grubbern. Wo stehst du? Erstmal müssen wir geerntet werden. Wir haben nur einen Drescher. Doch, Chris. Drescher und Vollgas. Jawohl, Drescher, Vollgas. Noch nicht abladen, bitte. Ich muss erstmal wieder rausspringen. Da siehst du, du bist im Quarantie. Ja. Ich laufe doch nicht zu Fuß wieder zurück. Ne, das ist auch richtig, da hast du recht. Ah, dieser Mod ist wirklich cool. Liebe Zuschauer, wenn ihr den noch nicht ausprobiert habt, bitte mal auf Sticky Feed heißt der. Lohnt sich definitiv. Im Multiplayer, urcool. Macht richtig Spaß. Ich glaube, im Singleplayer kann der auch Spaß machen, wenn du den Helfer fährst, dann einfach hinten auf der, ähm, links drauf bist, dann auf der Ladefläche, dann geht das schon auch. Sascha, ich glaube, hier kann man, also möchtest du den hier weiterfahren? Ich war eben hier und hab gewartet, bis beladen wird, ja. Okay, dann, ähm, du bist tatsächlich, das machst du gerne, ne? Also, das ist so deins, ne? Abfahrer spielen, immer schön am Feldrand warten. Also, du bist, also, das ist mir aufgefallen in der letzten Zeit, du machst viel Pause. Also, ich bin sonst eigentlich immer mit dem Drescher unterwegs gewesen. Jetzt hab ich mir heute mal gedacht und auch letzte Woche, ich mach mal Abfahrer, dass ich auch mal was anderes mach, dass die anderen mal mit dem Drescher fahren können. Merkst du was? Ist direkt aufgefallen. Oh, da gibt's auch wieder Mecker, da denk ich's. Es gibt immer Mecker. Nichts kann man hier richtig machen. Nee, kann man wirklich nicht. So, liebe Zuschauer, ich hab letzte, ähm, als die Kollegen runter waren, jetzt nur vom Server, hab ich, da war ich nochmal auf dem Server drauf und hab gesehen, dass diese Axion, der da vorne steht, im Shop günstig war. Und ihr wisst, ihr kennt mich, ne? Wenn, was im Shop günstig ist, da kann ich, also, ich lass das nicht so gerne stehen. Und dann hab ich den gekauft, da hatte ich aber so schlechtes Gewissen, weil ich den gekauft hab, ohne mit den Senioren zu sprechen, dass ich dann einfach nochmal, ähm, ich glaub, vier oder fünf Düngemissionen gefahren bin, damit wenigstens die Hälfte wieder reinkommt. Aber, ähm, liebe Senioren, ich frag mal so in die Runde, ihr habt nix dagegen, so einen Traktor zu kaufen, ne? Na, ist das beinahe, ein Acht-Monator? Ja. Immer gut. Wenn wir den irgendwann, wenn wir den irgendwann in drei Monaten auch mal fahren dürfen. Ja, der ist ja nicht orange, da hast du gute Chancen. Ihr dürft ja sofort fahren. Ach so, ich komm mal. Also, ich frag mal, für einen Freund fällt 43 Dreschen. Das direkt an dem Hühnerstall, ja? Wenn es das ist, dann ja. Ja. Also, ich komm mit dem Anhänger hier. Mal noch einen. Ähm, ich nehm jetzt den Brandner, der hier am Shop steht. Dann ist der eigentlich vom Händler, ne? Ah, das kriegt der gar nicht mit. Ähm, ja, und dann wollen wir eigentlich auch noch Holz machen. Mal schon gefragt. Wenn ihr schon dreschelt, dann könnte ich ja schon mal mit dem Grubber zu 43 kommen, oder? Ja. Wäre ja dann eigentlich dann nachfällig, denke ich mal. Was ist denn mit Kalk? Vielleicht mag der Chris mal aussteigen und gucken, wie der Kalkzustand ist. Ja, wo der Dreschlerbar ist, der Kalkzustand, ist sehr schlecht. Muss das Feld gepflückt werden? Ja, vielleicht auch. Gedinkt 100%. Ich schau mal kurz auf das Gedreschte. Benötigt Kalk, Unkraut wachsend. Ja, dann müssen wir tatsächlich erst, ähm, dann muss der erst gekalkt werden, Willi. Nicht aussteigen. Aber du kannst den Grubber gerne da hinstellen und dann was zum Kalken holen. Das kommt mit dem Alter alleine. Ja, das hilft uns leider jetzt in dem Fall nicht. Was natürlich nicht ganz unrecht. Aber hier jetzt müssen wir gerade gucken, dass wir, ähm, genug davon aufs Feld kriegen. Und das, was wir an Kalk aus unserem Körper rauskriegen, das reicht nicht. Ja, ich sehe schon, als du heimlich auf dem Server warst, hast du in dem, in dem Apollo gestanden mit deinen Sticky Feeds und alle mal den Kopf geschüttelt, ne? In dem Apollo? Der ist nämlich voll mit weißem Zeug. Vermute mal, dass es Kalk ist. Ach, in dem, äh, Missstreuer? Missstreuer. Ja, das ist Kalk, ja. Genau, den kannst du auf jeden Fall mitnehmen. Ich hätte ja tatsächlich auch noch mal Lust, ähm, einfach Kalk mit dem LKW anzuliefern und das dann einzuladen mit dem Frontlader. Im Prinzip wird's ja, das wäre übrigens auch ein schönes Spielelement für einen LS irgendwann, dass man sich irgendwie ans Feld, da gab's doch mal, Hot hatte das doch mal so ein bisschen, ähm, gefakt, dass man so Lieferungen bekommt. Und dann, ähnete ihr euch noch, das war so ein Liefermott und dann konnte man Kalk und Mist ans Feld liefern lassen. Und dann hat man da, auch wenn da jetzt kein LKW in echt hinkam, aber dann kam da irgendwann nach einer bestimmten Zeit, ähm, ein Haufen hin. Ein Haufen Kalk oder ein Haufen Mist. Fand ich schon auch cool. Oh, so nicht. Wie vorhin bist du denn da, Chris? Du kommst so bis hier rum einmal, oder? 40% erst. Also auch dann, würde ich dir den Anhänger mal hier vorne hinstellen. Warte mal, aber das probleme ist, wenn, obwohl Kalken kann, wie LIA, trotzdem. Ich stelle dir den hier hin. Und dann kannst du hier entladen. Dann würde ich nämlich, ähm, hinter Willi mit dem Grubber dann einmal durchführen. Willi, der Grubber ist, hast du den hier abgestellt? Ne, der steht in der Halle. Ich war ja gerade in der Halle, deswegen hab ich den da gleich sehen lassen. Okay. Und hab den Kalkstreuer mitgenommen. Ja, dann geh ich den Grubber holen. Ich denke, dass der Chris mit dem Anhänger erstmal gut zu tun hat. Die Zuckerrüben müssen in dieses andere Entlade-Ding rein, ne? Ja, genau. In diese, ähm, Zwischen-Station. Du warst doch vorhin am... Hast du doch zugeguckt, oder nicht? Nein, hast du nicht. Du hast den nur geklaut. Ja. Ja. Ähm, ich muss übrigens nicht mit dem neuen Axiom durch die Gegend fahren. Also, ihr könnt den auch fahren. Nehmt auch gerne mal. Ich wollte tatsächlich, äh, fand nur einfach, dass für 60.000 Euro können wir den nicht stehen lassen. Der war 57% unter dem, also reduziert. Deinen? Was ist denn nochmal deinen? Ist das der, wo ich drin sitze? Ja, genau. Der orangene Fendt. Ihr wisst schon. Es ist nicht meine, aber es ist mein Liebling. Sagen wir es so. Tja. Dein Liebling ist anderwürdig unterwegs. Gut. Ich wollte nur angeboten haben. Hm. Ähm, heißt alle unsere drei, also unsere drei Felder sind alle fertig? Was richtig? Ähm, kann man eben gucken. Ich glaube wohl. Äh, zwei weitere sind auch, 27 und 23 sind auch fertig. Also unsere drei Felder. Das eine hatten wir ja letztens schon gemacht. Die sechs brauchen auch noch ein bisschen. Marc, wie voll bist du? Ich bin bei 73%. Kann man hier nur während der Öffnungszeit der Verkauf? Im Agriland. Ich sag mal so, die... Nee, da kannst du auch sonst verkaufen. Dieses Tor ist ja... Verkaufen oder aufs Gelände fahren? Aufs Gelände fahren. Ich bin aufs Gelände gefahren, bin in der Verkaufs-Area, aber da nimmt niemand was. Nee, du musst das schon mit dem Stapler runternehmen und rüberlegen. Hab ich gemacht. Eine Palette steht im Verkaufs-Trigger. Ähm, meinst du das Gitterrost, den Verkaufs-Trigger? Nee, das ist es nicht. Das ist diese erhöhte Plattform, wo du da um den Kreis fährst. Also da muss es hin. Dann wieder aufs Gelände. Moment. Bei meinem Kind würde ich jetzt sagen, guck mal, da wo Cell-Area steht. Mhm. Okay. Da guck. Und schon geht's. Danke. Guck mal, das sind 4000 Euro pro Palette. Was haben wir denn hier? Zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht, neun, zehn, elf. Wölf. 36.000, guck ich, in so einer. Ui. Nee, müssen ja mehr sein. Wenn die zwölf Paletten sind, aber 4.100 sind das ja... Ja, dann sind 48. Dann waren in der Verkaufs-Übersicht nicht alles angezeigt. Nee, weil ich schon welche auf dem Tieflader hatte. Ach so. Ich hatte da schon welche hingestellt. Ähm, müssen sogar 52.000 sein. Das ist ja super. Marc, ich glaub, du musst ein bisschen absenken. Ich hab den Axel mal eben hier geparkt. Kann ich den Grober überhaupt nicht im Axel ziehen? Ja, müsste aber eigentlich, ne? Also, wer ist denn der? Oder ist dein, dein Fan wirklich so ein PS-Monster? Nee, nee, nee. Der müsste auch deutlich über 200. Ähm. Guck ich gleich eben nach. Guck mal, wenn wir hier zum Grober kommen. Und dann meine, dass der Axel mehr hat als der Fendt. 205 hat der, äh, Klaas. Und der Fendt hat 285. Ja, guck mal. Dann hat der ja doch weniger. Ich, weil wir den... Ich hab natürlich jetzt keinen größeren Motor genommen. Weil der ja teurer gewesen wäre. Den können wir ja immer nochmal irgendwann... Eigentlich auch ein Witz, ne? Das müsste auch viel teurer sein. Motoren nachrüsten. Macht doch kein Mensch. Nö. Was ganz Spezielles für den LS. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber früher war es auch so, auch einen Reifen wechselt man nicht bei einem Traktor. Der war so mal häufig so alt wie der Traktor selber. Ja, aber die wurden auch schon früher irgendwie gewechselt, weil die irgendwann kaputt waren. Die waren zwar auf, also Profil gab es auf denen kaum noch, aber die waren halt irgendwann auf. Also ich weiß, ja? Wenn du dir heute anguckst, wie das junge Volk bei den Lohnern fährt, also ich glaube, die brauchen mal ein paar... Einmal öfter Reifen neu. Das kann natürlich sein, aber halt... So diese erste Generation von Traktoren, die die Landwirte hatten, diese meine ich jetzt... Ja, gut, die ganz ersten. Ja, gut, das stimmt. Diese 13, 15 oder 18 PS Traktoren. Ja, gut, die konnten die Reifen ja nicht aufbrauchen. Nee, ich habe jetzt gedacht früher... Aber bei den unter 26 kmh Traktoren, da brauchst du zumindest in Österreich keine Plakette. Und alles, was schneller Bauartgeschwindigkeit als 26 hat, brauchst du eine Plakette und da ist nichts mit abgefahrenen Reifen. Na gut. Nee, wie gesagt, bei uns war das auch... In meiner Jugend die Traktoren, da kann ich mich schon daran erinnern, wie da auch Reifen gewechselt wurden, weil die dann wirklich durch waren. Aber das klappt ja auch beim Auto, meine. Die ehemalige Verlobte, die hat von ihrer Tante einen Kadett gekriegt. Da waren die Reifen 13 Jahre alt und hatten noch volles Profil. Und da konntest du mit Fahren und Fahren und Fahren, da ging das Profil gar nicht weg. Ich durfte nur nicht feucht sein oder regnen. Ich wollte gerade sagen, da war wahrscheinlich betonhartes Gummi und so. Ja, so wie bei Fred Feuerstein. Genau, ja, sowas. Stein walzen. Verschleißame. Verschleißame Reifen. Ja, ist auch nicht schlecht. Marco, auch wenn es jetzt ungewöhnlich aussieht, ich fahre nur von West nach Ost. Die Wende machst du, äh... Wer kommt denn gleich mal mit Dünger hier runter aufs Feld? Wo haben wir denn Dünger? Um den Hof müsste der Düngerstreuer stehen. Also mit Düngerstreuer auch, also richtig. Ach so. Kann ich gleich machen. Ich muss mir noch zwei Bahnen zu Ende mähen. Dann kann Micha wenden. Und dann... Müsst ihr schnell gehen mit dem Düngerstreuer. Genau, Düngerstreuer. Und dann kann der Nächste auch mit einer Sämaschine wahrscheinlich schon runterkommen. Ja, das ist Erntezeit, Freunde. Da muss hier Schlag auf Schlag gehen. Dann bringe ich nämlich die Mähwerke zurück und dann komme ich zum Düngen. Wahrscheinlich sind Marco und Sascha doch auch gleich frei, oder? Das dauert noch ein bisschen. Fünf Sekunden fertig. Ja, alles gut. Aber du kannst ja trotzdem nur einen Traktor fahren. Jetzt. Ich bin vorbeigefahren am Feld. Oh, klar. Das sieht irgendwie nicht nach Kalken aus. Wo ist denn der ganze Kalkstaub? Da haben wir aber schon... Müsste der hinten nicht irgendwie auf sein? Ah, ne, das ist wahrscheinlich... Da habe ich aber schon Kalker gesehen, die deutlich mehr stauben. So, ich habe den extra so eingestellt, weil da läuft so ein Töffel übers Feld die ganze Zeit. Achso. Ja, aber hast du hier dieses... Da hast du die Lens runtergeschraubt, oder was, für den Kalker? Nö, ich habe nichts gemacht. Ich habe den nur eingeschaltet. Okay. Ist das nicht kleinbezogen? Ja, meinte ich nämlich auch deswegen, weil Willi gesagt hat, er hat was eingestellt. Und Willi glaube ich ja immer erst mal, wenn er sagt, er hat was eingestellt, dann stimmt das auch. Aber das staubt, oder? Willi hat staubt überraschend wenig für Kalk, oder? Oh. Vor allem nicht, weil die Stoppel noch so lang sind. Ja, das kann sein. Also da staubt der Christ deutlich mehr. Ja. Ja. Könnt ihr jetzt auch sagen, ich habe mal ein neues Käppi auf, deswegen staubt das Gekalke nicht so, aber... Ihr Zuschauer, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wir hatten Grillen und der Willi hat tatsächlich das Hirschfeldkäppi aufgezogen. Der Willi trägt eigentlich gar keine Käppis, aber man muss sagen, das hat ihm sehr gut gestanden. Wer kennt denn von euch noch den alten, von der Milka-Werbung, hier mit der Sonnenbrille, it's cool, man. Schreibt das mal in die Kommentare. So sah Willi aus. Ohne, ne? Sascha? Äh, ja. Also das war schon ziemlich original. Kann ich gar nicht nachvollziehen, warum Willi keine Käppis trägt. Die hat jetzt ihren Stammplatz bis zum nächsten Grillen. Sehr gut. Oder zum nächsten Farmkorn mal. Ja, wenn die nicht... Die nächste, der nicht in Australien ist oder was weiß ich nicht wo, das geht ja immer weiter weg. Ja, gefühlt ist das so. Zu welchem Feld soll ich kommen, mit dem Düngerstreuer? Hier zum Hühnerhof. Ah ja. Also der Traktor zieht den Gruppe auf jeden Fall entspannt. Jetzt untersteh dich und grober meinen Kalk schon untergehen. Warum denn nicht? Ach so, weil du ja nicht mehr siehst, oder? Ich bin gar nicht mehr weiß, wo ich schon war und wo nicht. Ich mache nur einmal in Ruhe die Außenbahn. Die Außenbahn weißt doch, dass du die schon gemacht hast, oder? Mhm. Unsere Wiese am Hof ist auch mähbereit, die ist erntereif. Ja, guck mal. Ja, wir machen aber erst mal... Ach so, mähen können wir ja dann auch. Aber lass uns erst mal bitte die Felder fertig machen. Ja, ja. Nur, dass wir das mit auf der Liste schreiben. Ja. Guck mal. Seid ihr auch der Meinung, dass wir uns irgendwann mal was überlegen müssen für die Bahnüberquerung hier? Du meinst in Sachen Tunnel oder Brücke? Irgendwas in die Richtung, ja. Gibt es eigentlich irgendeinen Klotz-Mod oder sowas, der die Bahn aufhält? Ich weiß nicht, hat das jemand schon mal probiert? Was passiert, wenn man zum Beispiel KI-Verkehr anhat? Der ist ja aus Wolfram-verstärkten Adamantium. Und wenn da jetzt dann man hinter dem Bahnübergang steht und wegen unserer Eins dann der KI-Verkehr nicht über die Bahn drüber kommt und dann kommt so ein Zug. Was passiert dann? Dann fliegt der KI-Verkehr weiter und du fliegst quer über die Map. Ja, ich dachte jetzt nicht auf den Bahngleisen zu stehen, sondern dass man... Ja, auch wenn du daneben stehst. Ah, okay. Hab ich mich selber noch nie ausprobiert. Ich auch nicht, aber das wäre die einzige mögliche Giants-Lösung. Das ist so. In der Tat. Du bist hier fertig, Chris? Ja. Was ist mit dem Soja? Wollen wir das... Kommt das auch in die Mühle? Oder haben wir genug? Nee, Soja, äh... Zumindestens jetzt unsere Getreidemühle nimmt kein Soja an. Nee. Das müsste eine Ölmühle. Wo haben wir denn Soja? Äh, Sorgum. Entschuldigung, nicht Soja. Sorgum. Sorgum kann in die Mühle. Sorgum kann in die Mühle, ja. So, wir haben für die Hühner... Für die Hühner haben wir aber noch genug hier liegen. Dann würde ich diese Sorgumeinheit mal in die Mühle schmeißen, oder? Ja. Ja, ne? Wir können alles Mehl gebrauchen für die Brotproduktion im Moment. Haben wir jetzt noch ein Feld zum Dreschen? Ist noch eins. Ja, zwei. So, wo bin ich denn da am A der Welt? Ja, das dauert ein bisschen. Da kannst du jetzt mal losfahren. Aber liebe Zuschauer, das, ähm, apropos dauert ein bisschen. Ihr seid schon ganz schön lange dabei. Ähm, ich hoffe, ihr habt währenddessen was in die Kommentare geschrieben und uns ein Like dagelassen. Nicht, dass ihr völlig untätig hier einfach nur... zuschaut. Das wollen wir ja auch nicht, ne? Ja, lasst uns was Nettes da einfach. Und, ähm, ihr könnt ja mal reinschreiben, was ihr von dem Traktorkauf haltet. Mache ich immer gerne, die, die, äh, Fanboys aufzuwiegeln. Gibt's bestimmt einige bei euch, die sagen, hey, die hätt ich nicht gekauft. Im Leben kein Glas. Es darf grün sein, aber es, äh, muss ein Fendt grün sein oder so. Gibt's bestimmt. So, jetzt sagen wir noch tschüss. 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 So, bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Bye, bye und ade. Tschüss. 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 Tschüss.